Ja, die Messe Stadt Riem ist ein richtig schöner Stadtteil, auch Gott sei Dank ohne Gewalt, also ohne viel Gewalt. Kapitalverbrechen sind hier am wenigsten an der Tagesordnung, fast in ganz München, sagt die Polizei. Und trotzdem, man kennt es, das ein oder andere Mal kommt man in Knatsch und streitet sich. Und manchmal geht es vielleicht auch in die Richtung, dass man am liebsten mal zuschlagen würde. Und damit es gar nicht so weit kommt, genau deswegen wollen wir eine Infoserie machen, eine Infoabendserie. Und das Thema ist Konflikte besser lösen in Riem. Wir haben dazu fünf Abende vorgesehen, ab dem 1.3., jeden 2. Donnerstag, so zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr. Und wir laden Sie herzlich ein, daran Zeit zu nehmen. Die Themen sind sehr unterschiedlich. Einmal geht es um die Selbstsicherheit und die Zivilcourage im Alltag. Dann haben wir das Thema gewaltfreie Kommunikation, wo wir einen Trainer eingeladen haben, der in dem Bereich sehr fit ist. Dann Handlungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Da wird jemand auch hier aus der Nachbarschaft von Verdi uns erzählen, was man da machen kann. Und dann kommt als Thema vier Verständigungen zwischen den Kulturen. Und last but not least die Frage, wie kann man denn in der Nachbarschaft mit Konflikten besser umgehen. Wir haben Referenten aus allen möglichen Bereichen. Also die Polizei ist zum Beispiel selbst dabei. Ein Kampfsportlehrer werden wir haben. Dann haben wir jemanden von Verdi, wie ich schon gesagt habe. Das Inkommen wird dabei sein mit Marianne Seiler. Gerade wenn es um die Frage von verschiedenen Kulturen geht, was wir ja hier in der Messestadt haben. Und last but not least auch die Stelle für Gemeinwesen, Mediation und auch die GEWOFAK, die ja hier einen Service anbietet für Streitigkeiten in der Nachbarschaft. Und diese Veranstaltungen finden in dem Nachbarschaftstreff Heinrich-Böll-Straße statt, in der Nummer 69. Also kommen Sie vorbei. Bitte vorher kurz anmelden bei info.atwohnforumnet. Und Sie können uns auch anrufen unter der 6606 7723. Und wenn Sie dann vor Ort sind, zahlen Sie halt einfach 5 Euro für diesen einen Abend. Oder wenn Sie alle 5 mitnehmen wollen, gibt es diese Ermäßigung von 15 Euro. Ja, und wie gesagt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, rufen Sie uns an und informieren Sie sich. Wir sind gerne für Sie da. Ja, und wie gesagt, wenn Sie da, 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 wenn Sie da Vielen Dank.